Um den Trainingserfolg zu bewerten, hat Garmin ein sehr schönes Tool, das ist Garmin Connect. Da kann man seine Daten, die gespeicherten Daten, die im Gerät, in dem GPS-Gerät gespeichert sind, hochladen. Und da kann ich sie vergleichen, da kann ich sehen, wie ich mich von einem zum anderen Tag verbessert habe. Aber eigentlich, vor allen Dingen, wie ich mich über längere Strecken, über Wochen, Monate, wie meine Geschwindigkeit vielleicht zunimmt im Optimalfall und der Puls runtergeht, wie meine Wattwerte sich entwickeln. Das kann ich alles daran ablesen und das sollte eigentlich jeder machen. Das kann ich alles daran ablesen.